Kiel, Deutsche Presseagentur schrägstrich LNO, Minus Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU, hat der Scheitern eine Corona-Impfpflicht im Bundestag für Menschen ab 60 Jahren kritisiert. Das ist heute ein weiteres ehrlichtendes Signal der Berliner Ampel in Sachen Pandemiebekämpfung, sagte Günther am Donnerstag. Die Bundesregierung sende seit Wochen widersprüchliche Signale. Und nun findet der Bundeskanzler für die Impfpflicht keine Mehrheit im Bundestag. Das sei in der Pandemiebekämpfung das Gegenteil dessen was nötig sei um Vertrauen in der Bevölkerung zu behalten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, warne immer wieder vor möglichen neuen Gefahren, sagte Günther. Zugleich nimmt er mit dem neuen Infektionsschutzgesetz den Ländern mit einer niedrigen Impfquote die Möglichkeit in eigener Verantwortung angemessen auf Entwicklungen in der Pandemie zu reagieren. Hinzu komme das hin und her bei der Quarantäneregelung.Schleswig-Holstein bleibe bei seinem Kurs, der das Land bisher gut durch die Pandemie gebracht habe. Wir waren und sind hier gut aufgestellt, betonte Günther. Im Norden haben 88 Prozent der Menschen die Grundimmunisierung gegen das Coronavirus erhalten. Dies ist Platz 4 im Länderranking. Bei den Auffrischungsimpfungen bedeuten 72 1 Prozent den Spitzenrang. Insofern bereitet uns die Entscheidung von heute keine Probleme in Schleswig-Holstein, stellte der Regierungschef fest. Copyright Deutsche Presse Agentur Info.com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 220407 99 838 2662